Was soll das heißen, Alter? Ist der jetzt bei mir zu Hause? Ist er bei sich zu Hause oder was? Es ist so gruselig, Leute. Ohne Sitzung. So Leute, wir sind jetzt hier vor der Tür. Und ich hab Timo schon gerufen. Hi, Digga. Was geht da gar nicht? Ja. Was ist fresh? Was geht, Digga? Was sagst du? Ja, Digga, ich hab Zettel im Auto gefunden gehabt. Das steht einfach drin zu Hause, in dem Auto. Zu Hause, dein Zuhause? Ja, genau. Denk ich mal, dass er das gemeint hat. Ich weiß gar nicht, was der was ist, Digga. Ist das zu Hause, oder? Ja, ich hab schüsselt und vergessen. Zu Hause, hat er gesagt. Zu Hause, Digga. Ja, eigentlich, also welcher Raum? Also Haus ist ja eigentlich, also zu Hause ist ja so Wohnzimmer, oder? Zu Hause, zu Hause. Da chillt man halt immer noch. Du hast in dem Wohnzimmer auf jeden Fall beides mal ein Set. Das heißt, Wohnzimmer würde passen. Stimmt, ja. Hey, hier ist ein Online-Ticket. Ein Online-Ticket, Digga. Was? Eine Online-Fahrkarte von ICE. Das macht gar keinen Sinn, keinen Plan, was er von mir will. Was ist das? Was soll denn das heißen überhaupt? Was soll denn das heißen überhaupt? Von Braunschweig nach Amberg. Hä? Echt? Hä? Macht das überhaupt keinen Sinn. DB, oder was soll das heißen? Ja, kein Plan, was das ist. Das hab ich noch nie gehört. DB? Der, 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 der Bahnhof? Der Bärtige? Der Bärtige? Der, der Busfahrer? Der Busfahrer. Oder? Oh, keine Ahnung, liegt hier vielleicht noch irgendwas? Wir können mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Einfach mal so ein bisschen umschauen. Hmm. Auf den Tisch hier mal gucken, oder so? Seht ihr hier irgendwas, Leute? Seht ihr hier irgendwas, was wir finden? Dann schreibt's in die Kommentare. Halt auf den Tisch. Hier ist ein U. Ein U, was? Hä? Okay. Uh. Okay, ich leg das mal hier in. Ich schau mal hier in die Yuviroka. Nein, wenn es da ja irgendwas. Äh. Hier ist noch ein G. Nee, okay, okay. Ich leg das mal hier neben. Dann können wir noch mal gucken. Oh, U. Oder U? Boah, scheiße ey, wie viele finden wir noch? Warte, wo ist die auf dem Tisch noch ein Blumen? Vielleicht bei den Blumen. Guck mal bei den Blumen nach. Guck mal bei den Blumen nach. Guck mal bei den Blumen nach. Guck mal nach, ist da was? Ne, der 6. Soll ich mal hochheben? Ja. Hebe mal hoch. Vielleicht hier drunter auch. Digga. Warte, hier. Oh, ein Z. Z, okay. Oder ein N. Okay, was könnte das heißen? GAN? GUTZ. Schön, ist das ein Z oder ein N? Gute Frage. GAS. Ne, ne, das ist hier. Es ist breiter. Das ist ein Z. GAS vielleicht? GAS? Oder GAS? 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 Ich hab ne Brille auf, Digga. GAS gibt's ja nicht. Digga, suchen wir GAS? Ist GAS der Gamer? Gibt's hier vielleicht doch? GAS? 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 Dann fährt er zu. Wahrscheinlich zu Manuel. Wir fahren jetzt direkt los. Ich nehm euch dann einfach mit und dann gucken wir mal, was wir bei Manuel finden. Jo Leute, haut rein. Bis dann. So Leute, ich bin jetzt im Zug. Ein bisschen Angst, dass die Game Master hier irgendwo ist. Deswegen muss ich leise reden. Bisher hat alles geklappt. Ich bin dann bald bei Manuel, wenn ihr sehen könnt. Irgendwann komm ich an und dann schauen wir einfach mal rein. Gruselig. Gruselig. Jo Leute, was geht ab? Ja, hier ist der Manuel seit gestern. Der zieht ja gerade um. Und wie man sieht, ist ja auch gar nicht so viel. Wir haben geschaut, also hier ist nirgendwo irgendwas. Ich weiß nicht, was der Game Master jetzt... Wir haben der Game Master jetzt scheiße gelabert, glaube ich. Wir haben irgendwie ja schon alles gemacht. Ich hab ja das Handy noch vom Game Master bisher. Ist aber halt irgendwie nix gekommen. Ich hab ja gesagt, wir haben die ganze Zeit gesucht. Also hier ist ja... Ist ja auch nirgendwo mehr was drin, wo wir jetzt sagen, okay. Ist alles leer. Ist hier so alles? Ja und so. Das Geld und so ist klar. Das gehört mir, ne? Aber das lag hier vorher auch schon. Oh, Digga. Scheiße, der Game Master ruft an. Oh, what the fuck. Hallo? Hallo? Hier ist der Game Master. Oh mein Gott. Wir müssen nach draußen gehen und nach den Hinweis. Okay, und wo? Draußen bei den Steinen. Hä? Okay, what the fuck. Wer hat ja nicht gesagt, also wir sind draußen irgendwie, wie Hinweise suchen bei den Steinen? Ja, dann weiß ich nicht. Ja, komm mit, oder? Dann gehen wir jetzt raus und suchen Hinweise bei den Steinen, Alter. Kommt mit, Leute. Jo Leute, wir sind jetzt hier in Amberg. Wir sind jetzt hier vor seiner Wohnung. Hier ist so ein kleiner Wald in der Nähe. Und ja, also der Game Master hat gesagt, wir sollen hier jetzt irgendwas finden, aber ich weiß auch gar nicht, wonach wir suchen. Deswegen gucken wir hier einfach mal so ein bisschen rum. Wenn ihr irgendwelche Hinweise seht, schreibt die bitte in die Kommentare. Also wirklich, es ist sehr wichtig, weil es kann immer sein, dass wir in den Videos irgendwas gar nicht mitbekommen. Ja, dass wir es gar nicht sehen. Schreibt das rein, damit wir Diamanten übersehen haben. Gucken wir einfach mal, ob wir hier irgendwas finden. Wenn ich hier irgendwo auf dem Boden mal so ein bisschen die Blätter hier weg machen. Baum. Okay. Okay. Weißt du, dass ich es weiß? Vielleicht ist da irgendwas dran oder so? Oh. Oh. Ich hab den Baum kaputt gemacht. Okay, geh, digga. Die Grünen hast dich. RIP Manuel. Aber hier ist kein Hinweis. Warte mal, hier ist irgendwas. Guck mal hier. Vielleicht ist da was drauf. Ich nenne immer vorsichtig. Ein U. Was könnte das heißen? Schreibt mal alle Wörter, die ihr kennt, die nur ein U haben. Also nur U. Nur mit dem U. Gar keine anderen Buchstaben. Nur das U. Bin ich mal gespannt, ob ihr da ein paar Wörter kennt. Okay, anscheinend sollen wir Buchstaben sammeln. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viele. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem alle finden werden. Da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Ich denke mal, der Game Master wäre dumm, wenn er dich hier überall verteilt. Was ist viel zu groß für ein paar Zettel. Ja. Deswegen müssen wir mal gucken. Die müssen die Energie sein, eigentlich. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir welche finden. Warte mal hier, guck mal. Ich hab's nicht mal ganz passiert. Vielleicht hier irgendwo. Wenn ihr irgendwo einen Zettel seht, sagt einfach Bescheid. Deswegen ist von ihm da. Hm. Schmeißt irgendjemand seinen Müll einfach in die Natur. Unfassbar. Alter, ein Buchstabe. Das ist ein Buchstabe. Oder ein W. Nee, ist ein M. Oder wie? Nee, M. Um. Okay. Schreibt Wörter, die ihr mit U und M kennt. Nur O und M. Aber ich würde auch das machen wegen U. Vielleicht will er U. Sagen. Nee, ich glaube, der Game Master ist nicht geistig behindert. Aber gucken wir erstmal weiter. Okay, wo könnte der nächste Hinweis sein? Vielleicht hier irgendwo Daniel. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. N. Oder Z. Z. Z oder N. Nee, ist ein Z. Weil das ist hier nämlich nicht gerade. Okay, das ist hier U, Z und M. Zum. Umz. 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 Okay. Schreibt Wörter mit U, M und Z in die Dings. Gucken wir mal weiter hier. Wo könnte noch... Wo könnte auch ein Zettel sein? Boah, es ist schwierig, Alter. Hier irgendwo vielleicht. Weiter oben einfach mal schütteln. Hier irgendwie auch nicht. Digga, warte, ich hab was. Hier ist ein Zettel. Oh mein Gott, der ist aber gut versteckt gewesen, Alter. Ein G. Umsick. 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 Mucks. Gums. Gums. Gans. Gams. Gams. Waffen will er uns töten? Das englische Wort für Kaugummi ist Gams. Will er uns töten? Ist hier irgendwo der Game Master? Ich sehe nicht, Leute. Das muss hier immer noch Mini sein. Okay. Aua. Du hast was bewegt. Doch nicht. Ah, das war die Bewegung. Okay, wir brauchen, glaube ich, noch zwei Stück oder so, denke ich. Das würde Sinn machen, weil die meisten Leute haben so viele Buchstaben. Die meisten Leute haben sechs Buchstaben, ja. Okay, gucken wir mal. Wo könnte hier noch ein Buchstabe sein? Hm. Ich gucke mal hier an der Seite. Ist hier ein Nebenbaum. Also offensichtlich, die kleben auch immer mal wieder so einen Bäumen fest. Hier, ich hab was. Ein U. Was haben wir jetzt in den Buchstaben? Ich gucke mal gerade nach. Warte, nehm du mal die Kamera am besten. Neh mal die Kamera. Dramatischer Kameramannwechsel. So, wir haben jetzt hier ganz viele Buchstaben. Also wir haben ein M. Ein M. Mu. 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 Um. Dann haben wir ein Z. Um. Um. Zum. 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 Welchen L. Wir müssen zurück in die Wohnung. Leute machen jetzt den Tag. Wir. 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 Sind jetzt wieder bei der Wohnung von Man�inter. Jo Leute. Wir sind jetzt wieder bei der Wohnung von Manuel. Tja. Keine Ahnung. Der Game Master hat uns in Dolin gelegt. Aber keine Ahnung.. Weil die das schon untersucht。 Ja. Warum. Ok. Fröh. Du hast das abgeschlossen. Ja überhaupt geschlossen. Digga, scheiße, ist der Game Master hier drin? Hallo? Hä? Digga, wo sind denn deine ganzen Möbel? Alle Möbel weg! Hä? What the fuck? Hä, Digga, wo sind wir? Hä? What the fuck? Was war das denn gerade, Alter? Was ist das für eine Wohnung? Hä? Digga, das sind alles deine Möbel, oder? Das sind meine Möbel, das sind meine Couch. Hä, wir wollten doch gerade umziehen, jetzt sind wir auf einmal schon da. Hä? What the fuck, Alter? Was ist denn jetzt passiert? Digga, der Game Master hat einfach den Umzug gemacht. Der Game Master. Und der hat uns alle kleinen K.O.-Tropfen gegeben, oder so. Hä, wie, wo? Hast du auch so Kopfschmerzen wie ich? Ein bisschen, Alter, oah. Game Master, was machst du für Sachen? Digga, wie kann man sich so gesund ernähren? Er hat dir extra Bananen gegeben. Er hat mir Bananen gekauft. Krass, ey. Heftiger Game Master. Digga, wie nice ist das denn? Der Game Master hat alles, sind alle Sachen da. Danke, Game Master. Wie geil ist das bitte? Umzugsunternehmen anrufen, dass die mich gar nicht, dass die mich gar nicht brauchen. Digga, wie heftig nett ist dieser Typ eigentlich? Danke, Game Master, wenn du das siehst, du bist korrekt, Digga. Hier vielleicht irgendwo ein Hinweis oder so? Wir brauchen einen neuen Hinweis. Controller, Dings. Controller. Vielleicht dieser Pokeball hier. Wolfgang Munition, ja mach mal auf. Vielleicht ist das ja. Nee, das ist Grinder. Schade. Vielleicht ist das ein Philips-Karton? Na, könnte auch ein Fernseher drin sein. Nee, ich glaub nicht. Nee, sieht schlecht aus. Vielleicht in der Shisha. Ja, hier auch nicht. Also hat noch nichts eingeräumt. In der Shisha? Nee, da ist irgendwie auch nix. Digga, hier. Ist das hier alles hingelegt? Settel? Ich meine, ich habe hier nichts hingelegt. Na gut, ja, stimmt. Das macht Sinn, ne? Hä? Das ist ne Karte. Digga, das ist ne Karte. Okay. Wolfenbütteler Straße. Kennst du die Straße? Noch nie gehört, Alter. Fuck. Scheiße, wenn wir doch nur irgendwie wüssten, wie man die Straße herausfände, wo das ist. Kenn ich das vielleicht? Guck mal, hier ist auch irgendwas markiert. Ein Parkplatz, glaub ich irgendwo. Ach, da ist ein X, ja. Hm. Ist da ein Schatz vergraben? Das könnte eine Autowerkstatt sein. Das kenn ich. Hier habe ich schon mal ein paar Bisches geknallt. Das kenn ich. Ja, ich auch. War das die Lisa? Ja, Mann. Ja, da war die Lisa. Da war die Lisa, genau. Warte, das könnte eine Autowerkstatt sein. Das ist dieses Autozentrum. Audi. Ah, Audizentrum. Da habe ich auch meiner 6 abgeholt. Digga, fuck, ich muss da wieder hin. Wir müssen da unbedingt wieder hin. Ab zum Audizentrum. Okay, Leute, wir nehmen euch einfach mal mit zum Autozentrum. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Meine Freunde, bis dahin. Care, thanks, bye. Yeah.